Heute geht es im Video um das Thema Kamerabefestigung für Homeoffice, Livestreaming, Business Calls und hier ist ein bisschen Dreck auf dem Tisch, das kann natürlich nicht sein. Wir haben ja schon in der ersten Lektion sozusagen gelernt, dass eine Perspektive immer dann richtig ist, wenn die Kamera auf Augenhöhe ist. Das gibt einen sehr gleichberechtigten Bildschnitt und auch ein Feeling beim Zuschauer, beim Gegenüber, dass man auf Augenhöhe eben ist. Dann haben wir gelernt, dass Ton am besten durch gute Mikrofone abgegriffen werden muss, dort wo er passiert, nämlich hier an meinem Mund. Und heute geht es darum, wie man überhaupt eine Kamera, also nicht ein Laptop-Webkämpchen, sondern eine richtige Kamera, in dem Fall zum Beispiel hier die ZV1 von Sony, wie man die richtig schön an seinen Tisch befestigt bekommt. Und wir fangen erstmal an an einer Sache, die ich sehr, sehr, sehr toll finde. Es gibt sogenannte Tischstative. Die werden mit solchen Klammern hier am Tisch befestigt. Die kann man einfach unten festschrauben. Dann hat man hier so eine Art, ja, Pol. Den in dieser Version gibt es sogar noch zum Ausführen und hat dann oben hier das Gewinde für die entsprechende Kamera dran. Das Ganze ist hier in dem Fall von Tarion, habe ich bei Amazon bestellt. Ist ein Desktop-Stand, ist allerdings ein bisschen wackelig insgesamt. Man sieht das hier schon und hat eben halt den Vorteil, dass es sehr weit hoch ausgezogen werden kann, was auch sehr schön sein kann. Eine Sache, die mich wirklich begeistert, ist die gleiche von Kullmann. Kullmann hat halt viel höhere Qualität. Hier wackelt gar nichts. Das ist bombenfest. Und man bekommt noch einen butterweichen Kugelkopf mit dazu geliefert, der hier oben einfach dazu da ist, auch mal eine Kamera entsprechend auszunivellieren. Das heißt also, hier bei dem bräuchte man auf jeden Fall noch so einen kleinen Kugelkopf. Kugelkopf, das ist der Begriff, den man suchen muss bei Amazon. Bei Kullmann ist er dabei. Allerdings würde das jetzt von der Höhe nicht reichen. Ich bräuchte sozusagen nochmal so eine Art Ausbauset, das aber hier modular aufgebaut ist. Das heißt, das kann man alles dazuschrauben und man müsste den einfach noch ein bisschen höher bringen, so ungefähr auf die Höhe, die der hier hat. Also doppelt so hoch. Dann hätte man, bei meinem Fall jedenfalls, die Augenhöhe wieder erreicht. Diese beiden Tischstative haben den Nachteil, dass wenn der Tisch zum Beispiel so groß ist wie hier, wir haben ja einfach eine Platte aus dem Keller geholt, dann hat man eben die Kamera sehr weit weg. Jetzt sieht man hier eine andere Möglichkeit und zwar hat man schon wieder diese Arme. Unser Mikrofon hängt an so einem Auslegearm dran, aber auch unsere Kamera. Das Ganze gibt es hier, make your photo and video easier. Das ist ein Overhead Tripod, ein Telefonstativ. Ich habe zwar noch nie von einem Telefonstativ gehört, aber das hier, das ist ein Telefonstativ. Ich würde sagen, es ist ein Auslegearm oder ein, ja, eigentlich, ich weiß nicht, was man danach sucht. So ein Gelenkarm für Mikrofone, den gibt es eben auch mit einem entsprechenden Kugelkopf hier oben dran und dann hat man hier die Kamera dran und alles klappt. Übrigens, die Kamera, eine ZV1, die ganzen Hersteller haben im letzten Jahr super schnell nachgeschaltet. Die haben so Webcam-Programme. Das heißt also, ich kann hier ganz einfach meine Kamera live in eine Webcam verwandeln, indem ich einfach ein USB unten einfach normal in den USB-Port des Computers stecke und schon habe ich eine Webcam. Die Ganze nimmt mich auf, schön auf Augenhöhe, ich habe eine tolle Qualität. Und wenn wir jetzt mal hingehen und sagen, das Bild plus dieser Ton, dann hätte ich fast von der Qualität diese Studio-Qualität erreicht, die unsere großen Kameras hier aufnehmen mit viel mehr Ausrüstung. Also, was man hier wirklich, wirklich merkt, ist tolle Qualität, sowohl in Bild als auch in Ton. Und hier hat man eben den Vorteil, dass man diese Webcam auch nochmal so ein bisschen nach oben bringen kann. Man kann das Ganze nivellieren, so, und hat jetzt hier so ein bisschen von unten oder man kann sich das Ganze ranziehen und kann es noch näher machen. Wenn man das Ganze noch ein bisschen intimer haben möchte, dann sagt man, Hey, aufgepasst, Rabattcode Haut23Martin gibt 11% Rabatt für tolle Haut. Naja, also das wäre jetzt ein sehr influenziges Setup, aber natürlich kann man das wunderbar benutzen, um entsprechende Zoom-Calls oder Web-Calls zu machen. Man kann dann sagen, ja, sehe ich anders und fertig, aus, passt da vorbei. Also, das wären die Möglichkeiten, die es gibt für eine Kamerapositionierung. Es sind die Tischstative, die eben halt stabil sind, in der Höhe verstellt werden können. Die stabilste Version, die ich kenne, ist wirklich hier von Kullmann. Fettes Lob an Kullmann. Aber auch wir haben das, Hashtag Transparenz, bei Amazon einfach gekauft. Und am variabelsten und wahrscheinlich auch mitunter am praktischsten sind eben diese Arten von Mikrofonen. Und da sieht man übrigens auch hier jetzt gerade im Bild diese, ja, die Ecke, die da hinten existiert, die ist eben hier schräg und auf sowas fahre ich gar nicht ab. Ich will gerade Linien. Und dann kann man einfach am Kugelkopf ein bisschen ranpacken und kann sagen, so, jetzt ist das Ganze auch wieder gerade. Entschuldigung, ich bin gerade hart, hart, hart vor den Tagen vorher so ein bisschen stimmlich angeschlagen. Es tut mir leid. Ich brauche Ingwer. Oder Honig. Oder Honig. Oder Honig. Oder Honig. Oder Honig. Oder Honig. Oder Honig.